Ich bin Sibylle Niemann, Chefärztin in der ambulanten neurologischen Rehabilitation. Long Covid trifft einmal Patienten, die langzeit beatmet sind und durchaus neurologische Schäden davon tragen können, zum Beispiel Nähmungserscheinungen, Sensibilitätsstörungen in den Armen und Beinen. Es können aber auch Patienten betroffen sein, die nur ambulant behandelt werden, die leichter betroffen sind, aber trotzdem Folgeschäden davon tragen, wie zum Beispiel, dass Taubheitsgefühle auftreten oder sie gar nicht richtig fühlen, was sie in der Hand haben. Und was ja bei den Covid-Erkrankungen ganz im Vordergrund steht, die Riech- und Schluckstörungen und Geschmacksstörungen, wenn man zum Beispiel langzeit beatmet ist und die Beatmung im Rachen hat, dass natürlich dort Irritationen stattfinden, die therapiert werden müssen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.